Moin Moin aus dem Fritz Park Studio in Hamburg. Hier sind wir heute mit einer neuen Gitarre von Andreas Seefeld Guitars. Er hat mal wieder ein kleines Schmuckstück gebaut. Diesmal besondere Holzauswahl. Wir haben die Fichtendecke, das ist jetzt nicht so außergewöhnlich, aber der Korpus, die Zeige und der Boden sind aus Ahorn. Wunderschönes Ahorn. Auch der Hals ist aus Ahorn gefertigt. Dann haben wir im Kontrast dazu aus Ebenholz die Kopfplatte von hinten gesperrt, von vorne und natürlich das Griffbrett aus Ebenholz. Da haben wir hier die typischen Seefeld-Dots bzw. keine Dots, eben diese zwei kleinen Striche. Dann haben wir noch kleine Dots hier auf der Seite für den Spieler besser zu erkennen. Und als besonderen Kundenwunsch haben wir eine kleine Schneeflocke am 12. Bund und nochmal auf der Brücke obendrauf. Ja, als besonderes Merkmal. Und hier noch den kleinen Radius in weiß, ganz fein eingearbeitet. So, das ist die Moondog in Ahorn, Fichte, Ebenholz. Jetzt wollen wir mal ein bisschen spielen und hören, was hier so an Klang rauskommt. Ja. 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 Musik 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 So, jetzt machen wir noch ein bisschen Picking, vielleicht. Musik 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 Dankeschön! Seafeldmoondog, Ahorn Body, Ebenholz, Hals und Fichtendecke. Vielen Dank! Und auf Wiedersehen! Bis demnächst mit der nächsten Seafeld Gitarre aus Hamburg! St. Pauli! Untertitelung des ZDF, 2020